Was sind eigentlich die Filmstarts die Woche? Du, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ich liege splitterfasernackt hier. Also, ich bin sehr geschmeichelt, junge Dame, aber das fällt mir schwer zu glauben. Wusstest du, dass ich wie eine komplette Idiotin dastehe, oder was? Ja. Sag sowas nicht. Ich möchte das Wort gar nicht aus deinem Mund hören. Ja, verstanden. Legen Sie los. Jetzt sofort. Schauskip, das Kinomagazin auf SchauTV. Jeden Freitag, 18 Uhr. Klasse, das muss ich mir ansehen.